Ich glaube, ich müsste echt zweimal hingucken, wenn ich es sehen würde. Weihnachtsmänner auf Harleys. Die Gurken hier aber echt bei uns in der Ecke rum und die machen das auch nicht einfach so. Da steckt ein Plan dahinter. Also, wenn mich zwei Männer auf Harleys ansprechen würden, mit langen Bärten und Geld von mir haben wollten, ich wäre erstmal ziemlich skeptisch. In diesem Fall ist das aber eine super Sache. Frank und sein Kumpel Rocky, das sind die Harley-Weihnachtsmänner. Die beiden Düsen auf ihren weihnachtlich geschmückten Maschinen durch ganz OWL, steuern Weihnachtsmärkte an und sammeln Geld für unsere Aktion Lichtblicke. Frank, wie seid ihr denn drauf gekommen, das zu machen? Durch Zufall entstanden. Ich habe mir mal ein Bad wachsen lassen irgendwann. Und dann vor Weihnachten geht es halt immer los von wegen Weihnachtsmann Nikolaus. Ja, irgendwann hat ich mir dann halt mal so einen roten Dress gekauft und bin damit rumgefahren. Und die Leute haben so viel Spaß daran gehabt. Dann haben wir das dann nächstes Jahr zusammen gemacht, Rocky und ich. Und seitdem machen wir das jetzt schon das vierte Jahr. Die letzten drei Jahre zusammen haben wir 10.700 Euro zusammengekriegt, die wir dann übergeben konnten an Lichtblicke. Das ist ein ganz schöner Batzen. Es gibt Fotos von euch im Netz. Ihr sitzt da echt auf Harleys, die komplett weihnachtlich geschmückt sind. Du hast sogar einen Weihnachtsbaum hinten drauf. Wenn ihr durch die Gegend heizt, hält das alles oder geht da schon mal eine Weihnachtskugel flöten? Ja, es kann vielleicht mal passieren, aber eigentlich sind die festgeklebt. Das sind halt diese Glaskugeln, die tue ich dann nochmal mit Heißkleber befestigen, dass der Pin da nicht rausrutscht. Und normal passiert nichts und heizen tun wir ja nicht. Also maximal 80 kmh und mehr besser nicht. Ja, viel schneller ist der echte Weihnachtsmann mit seinem Schlitten, glaube ich, auch nicht. Frank und Rocky, die Harley-Weihnachtsmänner. Morgen machen sie übrigens Halt in Bad Oeynhausen im Werrepark ab 15 Uhr. Und wir sind schon ab 10 Uhr da mit unserer Aktion Mützen, die nützen. Es lohnt sich morgen also doppelt mal vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf euch.